Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe mir eine neue Frisur verpasst. Und in diesem Video möchte ich euch diese neue Frisur zeigen. Aber bevor ich euch meine neue Frisur zeige, zeige ich euch erst mal, wie ich mein Bart rasiert habe. So. Hier seht ihr schon mal meinen Bart. Also hier unten habe ich alles so weit stehen gelassen. An den Seiten ist auch so ein kleiner Strich übergeblieben. Hier an der Seite auch. Und ansonsten ist hier so weit alles weg. Ach ja, und den Schnauze habe ich noch da gelassen. Den habe ich nur ein bisschen gestutzt. Und jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Meine neue Frisur. Tada! Schaut euch meine schöne Frisur an. Hier oben habe ich eine Glatze. Hier an den Seiten habe ich Haare übrig gelassen. Hier an der Seite auch. Und ich nehme mal kurz den Schall ab. Hier hinten habe ich auch Haare übergelassen. Nur hier vorne auf der Kopfplatte habe ich mir die Haare komplett abrasiert. Und wie ihr sicherlich bemerkt habt, trage ich einen Haarreifen. Der Haarreifen hat mir geholfen, die Haare so abzurasieren, wie ich es vorhatte. Damit ich nicht zu viel abrasiere. Was haltet ihr von meiner tollen Frisur? Schreibt es in die Kommentare. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch nach dieses kurzen Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Wenn... Wertöne... Wie... Bis zum nächsten Mal.